und damit cheerio meine lieben mit pharma willkommen zurück zu star you really so beim letzten mal haben wir tatsächlich die ganze mine abgeschlossen und wir haben die ganze mine erkundet und ich habe ein paar goldbarren reingeschmissen wir haben über 200 gold herz gehabt so hallo schnellfristig in luft gespürt könnte der einzug des winter seins oder das kribbeln eines dunklen geistes der uns hilft sehr fest von morgen zu feiern die geisternacht kommt um 22 uhr vorbei wenn du mitmachen willst 22 uhr morgen okay ja darum sind nun die goldbarren bereit weil ich würde doch sehr gerne unsere spitzhacke auch aufwerten wenn wir auch mal die geoden hier mit können wir auch aufknacken lassen sehr schön aber jetzt erstmal die eine süßkartoffel und noch gießen so dann brauche ich jetzt auch noch mal eine frucht hier ach den wein können wir auch mitnehmen wir können ja heute dings dann auch was schenken wir geben lea da fehlt ja auch noch was so hier ehrlich gesagt bin ich jetzt zu voll zum gießen weil wir sowieso bald winter haben also in zwei tagen jetzt aber trotzdem noch mal tun das kann ja das wir am 28 noch mal eine weintrauben ernte hier bekommen und die weintrauben pein natürlich auch alle beiseite damit wir immer was für die fässer und für die das wäre jetzt doof und für die dings was haben die fässer und die einmacht einmachfässer so so dann ich möchte heute auch einmal zu robben gehen um zu gucken was ein silo kostet also wir haben heute einige gänge vor uns einmal gleich zu klin dann zu robben fragen wie viel so ein silo kostet und dann lassen wir die nämlich auch schon mal bauen so so perfekt und hier ist derzeit noch nichts wieder gewachsen ok bist du fertig guck mal süße edelsteinbeere dann können wir gleich mal in den dings auch gehen in den zauberwald so 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 bops so 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 ich glaube die einfach schade hab das jetzt alles vor kommen zu lassen die süße edelsteinbärer können wir auch ab heute nacht nur abgeben also von daher haben wir jetzt erst ich hab die gesehen ich hab dich gesehen so und zack perfekt einmal nachgießen so als erstes die weintrauben hier ein moment den habe ich vergessen ich könnte mal das holz und den stein mitnehmen für den silo für das silo genau das silo so stadt wow ich bin so eine schlaube und ich hab die spitzsacke vergessen ja ich weiß was man dem was man nicht im kopf hat was man nicht im kopf hat man in den beinen am ende so dann und auch in die stadt noch mal also erstmal geoden bitte aufbrechen ein stein ein eine sternscherbe alles klar ein eisenherz und noch was das ist ein obsidian und iridium dankeschön dann werkzeuge verbessern lassen eine goldene spitzsacke da war es mal gunther wieder ein paar sachen geben hier ein güter guck mal ich hab hier was für dich eine neue belohnung eine neue belohnung eine obsidian war sie alles klar dann gucken wir einmal ab das ist erschreckend wir finden im müll wirklich nur noch müll das geht so nicht leute genau ich will ein brot im müll haben ein leckeres brot im müll natürlich haben deutlich schön knusprig am besten noch mit so ein paar punkten drauf damit es aussieht wie so ein karnevalsbrot so robin ruf gebäude richten da brauchen wir 300 ok das aber nicht dass ich haben wollte zehn mal leben und fünf mal kupferbarren alles klar stein ist richtig aber wir brauchen noch zehn mal leben und fünf mal kupferbarren alles klar kann in deinem haus platziert werden hätte ich jetzt nicht erwartet dann müssen wir noch fünf kupferbarren herstellen und dann zehn leben mitnehmen leer versteckt sich wieder mal ich weiß nicht wo die frau ist so freunde der lage da ist sie so jetzt gehen wir in den zauberwald jetzt gehen wir in den zauberwald nehme ich mal die axt zur hand wegen den schleim die dort sind da kommt man sie ist auch da mhm lachs-mahlzeit alles klar ziegenmilch roma vanilla 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 villa da kommt wer hier so tschüss so tschüss wir haben geld wir haben geld es gefällt hi die blauen schleime kommen schon raus nee lass mal aua das ist doch im süßten geschmack aua aua so ein klitzekleines problem mit kackschleim hier hau ab alter ist das denn fucking ernst nö nö maaan alter so wo ist die ssse frucht da so da ist da seine sternen vorwucht ja mehr gibt es ja nichts so ich bin hier nicht willkommen ich hab tschüss was auch das ist warum ich mit dem schwert wieder dann seid ihr fällig das ist ein versprechen so haben wir noch mal eine sternfallfrucht unsere energie ist noch mehr geworden hier 338 jetzt ja ein bisschen schaden erlitten gerade durch diese bescheidenen wir können heute sowieso nichts mehr machen deswegen werde ich jetzt noch hier vor bäume fällen wir haben so viel energie wieder also dass wir das mal wir müssen fünf kupfer barren haben und zehnmal leben für den silo steine haben wir ja zum glück genug durch die mine die wachsen erst mal wieder nach die bäume dann ab nach oben was ist denn das hier gibt es nicht gibt hier keine wild wild dings hier wild wuchse weintraubengelee fertig guti so kommst du da rein stein haben wir brauchen zehnmal leben und müssen dann jetzt gleich noch links Pode sind ja da 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 rest fłość Pils vergiss. So, hier in Kupferbarnung. Dann müssen wir jetzt noch Kupferbarnung brennen. So. Zwei, drei, vier. Ich glaube, so viel brauchen wir Kupfer gar nicht mehr, sonst... Äh, Eisen können wir wieder brennen. Ja gut, das Viridium und so kann ich ja auch mal reinpacken, ne? So, das Brot. Ja, keine Ahnung, das Brot war ja auch hier, bitteschön. Die müssten ja relativ schnell fertig sein da oben, das ist ja nur Kupfer. Oh. Ich hab's auch hier. Ähm, ein, zwei, drei. Pop, 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 pop. So. So, genau. Die brauche ich für... Für den Silo. So. Pop, pop, pop. Sehr schön. Dann rein da. Wir müssen morgen sowieso länger aufbleiben. Wir haben so einen tollen Fest da. Mhm, 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 mhm. Ein bisschen, ein bisschen Geld. Ein bisschen ist gut. Zum Anfang haben wir gedacht, wir haben so 2000, yeah. Aber jetzt... Genau, heute ist ja das Fest. Und morgen... Wird regnerisch. Schön. Hallo. Mein Wein ist fertig. Er wird sich Lea wieder freuen. So. Hier sind wir auch fertig. Dann nochmal gießen. Wie gesagt, wir müssen das Fest heute ja mal abwarten dann. Bums, bums, bums. Ah, der Honig da vorne ist auch fertig. Schön, schön, schön. Gli, gli, puff. Hm, hm, so. Dann hier. Wupp, wupp, puff. So. Oh, die brauche ich nicht mehr gießen. Hier wächst nichts mehr. Also, die gieße ich jetzt wirklich nicht mehr. Hat Robin am Samstag offen? Also, wir haben ja heute ein Fest eigentlich. Aber trotzdem ist es wirklich die Frage, hat die offen? Weil ich würde doch sehr gerne Silo heute noch bestellen. Tapp, 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 tapp. Ja, die werde ich verkaufen jetzt. Obwohl, eine müssen wir hier rein. Yay, Wildhonig. Den behalte ich, weil wir sicherlich für irgendwas den Honig gebrauchen werden können. So, hier bitteschön. Da, da. Ah, ich hab die Möbel vergessen. Ich hab die Möbel vergessen. Also, ich brauch im Grunde sonst nichts mehr zu gießen heute, ehrlich gesagt. Nein. Deswegen lasse ich das heute auch so einfach sein. Jetzt gehen wir einfach gleich nur noch. Ich glaube, ich werde gleich nur, ich werde nur die Kürbisse gießen. Weil ich glaube, das ist das Einzige, was wir da noch, was morgen noch, äh, wachsen hätte können. Sehr schön. So, dann einmal euch Kürbisse hier noch. Dwi, dwi. Dwi, dwi, buf. Dwi, dwi, buf. So, perfekt. So, dann einmal zu Robin gehen. Zu Robin. Ba, 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 ba. Aber erstmal hier... ...verkaufen. Äh, ich bräuchte eigentlich noch mehr von dem, weil wir ja zwei Silos bauen wollten. So, dann hier, nehmen wir das mit. Dann fahren wir einfach kurz zur Mine, das ist ja so ein kürzerer Weg. Wir könnten natürlich, wenn, wenn es morgen regnet, könnten wir trotzdem in die Mine gehen, um, ähm, Kupfer noch zu sammeln. Ich muss auf so mal ein paar Rezepte... So, aber... Eisenzaun ist schön, finde ich gut, aber dafür fehlt uns eindeutig das Eisen. Ähm, hier ist der... ...verfeindete Qualm... Wir könnten eine Menge davon herstellen, so ist es nicht. Wenn ich mir das ansehe, um acht Felder zu gießen. Ich glaube, das mache ich sogar. Hier. Ich glaube, das mache ich sogar. Guck mal, wir können uns hier sogar umwandeln. Knoblauchöl. Schwache Monster werden dich meiden. Hm. Gut, und wir werden immer ein paar Sprinkler herstellen, Leute. So. Hi. Ähm, Kuchgebäude errichten, bitte. Äh, nein. Nein, nein. Nein, da! So. Genau, wir stellen ihn mitten hier ins Feld. Eigentlich kann man diese Felder dafür echt gut nutzen, weil hier kann man sowieso nichts anbauen. Dahin. Okay, wir werden morgen früh damit anfangen, deinem neuen Gehäufgebäude Sido zu bauen. Ah, jetzt kann ich nur noch von ihr hier kaufen. Aha, aha. Na, eine Stammsessel, moderne Lampe, Sonnentisch, Kalender. Kalender ist gut. Oh, den kaufe ich mir. Plasma-TV, ja, komm her, hier. Möbelkatalog, was? 200.000? Holy Fug, ey. Maternfall-Eisen-Rezept. Das finde ich gut. Hm. Kristallfahrt. Nö, lass mal. Der Kalender ist gut. So, jetzt können wir Dings herstellen, ne? Hab ich das gerade Gesicht gesehen. Trittsteinfahrt, Lingernfahrt, ja, das ist so schick. Ähm, wo war das andere denn noch? Ich hab gerade noch ein Rezept gelernt. Ich bin gerade etwas blind, wenn ich ehrlich bin. Ja, wie war das, als ich noch ein anderes Rezept gerade gelernt hab? Ah, es geht noch weiter runter. Da. Eine Batterie. Okay. Ich glaub, ich weiß, wo Luis sein Korb ist. Da können wir aber noch einmal hingehen. Und wir brauchen Kupferfreunde. Also wenn wir den nächsten Dings auf jeden Fall Kupferfarmen gehen. Da kommt der Silo. Ich find ihn da in Ordnung, weil... Wir können die Fläche sowieso nicht nutzen. So, zack. Zack, zack. Ich glaub, wir müssen aber auch langsam mal die hier einschmelzen. So. So, hallöchen. So. Was kostet denn so ein Ofen übrigens? 20 Kupfererz, 30, 20 Stein. Okay. Das wird also nichts. So, die können wir jetzt mal so langsam alle verfeinern hier. So. Einmal den Kalender. Perfekt. Finde ich gut. So. Dann hier. Das schicke Bild hin. Ja, die würde ich dann doch gerne mal woanders hinhängen. Schau, dass man hier nichts hinhängen kann. So. Warte mal. Nein, nicht. Trinken. Du zeigst miteinander, das geht. So, das kommt vor das Bett. So. Kamin kann man natürlich nicht verschieben. Das packe ich hier mal in so eine Rumpel-Ecke. Danke. Das Schiff hier finde ich gut. So. Den baue ich jetzt hier unten in die Ecke. So. Hier der Stuhl kommt dann hier so vom Fernseher. Kann man sich da hinsetzen. Kann man sich jetzt hier wohl nicht hinsetzen, aber... Man sieht's sehr gut jetzt. So. Wir haben noch die Obsidian-Vase. Wir haben noch mehr Müll hier irgendwie. Ähm... Mache ich mal hier hin. Den zweiten Fernseher. Warum nicht? Mache ich mal hier so. Bringt nichts. What? Ja, Leute. Ich würde sagen, ich beende die Folge für heute. Beim nächsten Mal machen wir dann das Fest mit. Und gehen auch ein paar Ärzte besorgen. Wer so weit wie ein paar bewerten könnte, denkt auch an den roten Knopf. Der Farmer. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. Bis dahin. Bis dahin.